Willkommen beim Kreationskristall Portalmeister. Hier kannst du deinen eigenen Imaginator erschaffen. Wähle zuerst eine Kampfklasse. Jede Klasse setzt einen einzigartigen Waffentyp ein. So. Nachdem wir uns beim letzten Mal mit dem Zauberer beschäftigt haben, geht es nun an den Feuerboxer. Boxer Imaginator sind starke Heldin, die Meister des Nahkampfes sind. Bist du bereit, einen Boxer zu kreieren? Die Wahl einer Kampfklasse ist eine endgültige Entscheidung. Ein Boxer ist geboren. Erwecke deine Fantasie jetzt zum Leben. Tja, dann wollen wir mal. Aussehen wie gehabt. Hallo. Alles klar. Jetzt geht's los. Hat er dir nicht genommen, den Kopf? Die Augen hat er. Da war ich ein bisschen zu schnell. Ich bin' aber. Ich bin' aber. Ja. Je habe mich hier. Ich bin' aber. Na. notes. Erwecke. Ich bin' aber. Das ist ein bisschen zu allen. Und dann können wir bald ein paar Dinge überziehen. Ich bin' aber. Die Persönlichkeit. Heiß! Heiß! Heiß auf! Überlegenheit! Heiß auf! Heiß auf! Heiß auf! Heiß auf! Überlegenheit! Okay, heiß auf Überlegenheit, naja. Soll uns im Moment nicht kümmern, ist aber auf jeden Fall Änderungsbedarf da, wenn man da richtig mitspielt. Okay, schauen wir uns die Kräfte an. Faustkampf. Drücke 4xY, um deine Gegner schnell mit der Führhand und Aufwärtshaken zu bearbeiten. Okay, Elementarkraft für Feuer, wie gehabt, immer gleich bei allen Klassen. Geheimtechnik. Sprinthaken. Drücke X, um Gegner zu stoßen und so Schaden zu verursachen, bevor du ihnen einen Aufwärtshaken verpasst. Drücke X, um einen explosiven Energieschlag auf deine Gegner durchzuführen. Drücke X, für eine Schockwelle, die Gegner in der Nähe betäubt. Drücke X, für einen super geladenen Schlag, der Gegner in die Luft schleudert. Naja, halt alles Boxer-Moves. Seelenstein. Drücke ZR, um dich mit dem ultimativen Dauerprügelangriff durch deine Gegner zu kämpfen. Oh, das sieht Zornesfäuste. Das sieht doch auch gut aus. Ja, dann gucken wir mal, wie der normale Angriff aussieht. Ui, 350 Punkte Lebensenergie. Das am Anfang, das ist natürlich nicht schlecht. Ui, der geht aber direkt dran. Nicht schlecht. Die Elementarkraft, oder die Geheimkraft. Elementarkraft, Geheimkraft. Ui, ja. Oh, der zimmert aber rein. Ich kräg dich. Auf eine ganz gute Distanz. Ja, gefällt mir. Gefällt mir wirklich. Jetzt gucken wir uns mal den an. Drücke Y, 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 um mit mächtigen Schlägen auf deine Gegner einzuhämmern. Okay, also eine Alternative. Und die andere Geheimtechnik gucken wir uns auch mal an. Explosiven Energieschlag. Oh, das sieht ja so... Also auf dem Bild zumindest sieht das ziemlich Streetfighter-mäßig aus. Ja. Nimm das! Ui. Nicht schlecht. Energie, Faust! Und halt noch nach. Nicht schlecht. Ah. Ui, der zieht aber rein. Ein bisschen Flächenschaden. Boah, der Endschlag, der hat richtig Power. Eigentlich beide gut. Der zwar etwas langsamer, aber haut richtig rein. Und der andere... ...halt richtig fix. Und wie gesagt, Geheimpower... Das war's für dich! Nicht schlecht. Gefällt mir. Werde ich bestimmt oft spielen. Boxer... Vielleicht nicht gerade mit dem Element Feuer, aber Boxer-Klasse ist wirklich zu empfehlen. Soviel aber erstmal zum Feuer Boxer. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Tschüss! Eine,よねw... Đeis. No, das war's! Eine, you kiedy 233-7000-6000-7000-6000-8000ja-19 Vielen Dank.